Hi, hier ist Daniel von NoGoku. Willkommen bei diesem kleinen Video. Ich würde euch gerne auf etwas aufmerksam machen. Wer jetzt eintritt in die SPD und bis zum 6. Februar in der Mitte der Datenbank steht, der kann noch mitentscheiden, ob es eine GroKo geben wird, ja oder nein. Und der kann vor allem bei der Erneuerung der Partei mitgestalten, denn die ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir wollen, dass unsere Partei, die SPD, wieder sozialer wird. Dass wir eine Politik machen für die Leute da draußen, die uns wirklich brauchen und nicht mehr nur für die Reichen. Und die Mächtigen. Deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Seid dabei, erneuert die Partei. Kommt mit rein, tretet ein, sagt nein. Vor allem nein zu einem Weiter-so in der Politik. Lasst uns gemeinsam eine neue Politik machen. Und dann erneuern wir zusammen die Partei, damit es endlich wieder eine starke Sozialdemokratie in diesem Land gibt. Wir werden euch jetzt jeden Tag ein kleines Video zur Verfügung stellen, um euch einzelne inhaltliche Positionen vorzustellen. Denn viele von euch haben uns danach gefragt, die haben gefragt, ja sag mal, wofür steht ihr eigentlich außer für nur GroKo? Und wir sagen, wir stehen für nur GroKo und für eine soziale Politik und für eine neue Sozialdemokratie. Und wir werden euch in den nächsten Tagen Antworten darauf geben. Zunächst mal wollen wir aber innerhalb der Partei eine demokratische Auseinandersetzung. Das heißt, dass nicht einfach nur der Parteivorstand auf der einen Seite seine Argumente immer wieder abspult, wie ein Werbevideo, sondern auf der anderen Seite wir unsere Argumente darstellen, damit man sich am Ende ein eigenes Bild machen kann. Freie Meinungsbildung, so steht es im Parteiengesetz, das wollen wir durchsetzen. Und wir hoffen dabei auf die Unterstützung der Parteiführung. Also, nicht vergessen, beim nächsten Mal wieder einschalten ab. Morgen gibt es jeden Tag ein ganzes Video. Stichtag ist der nächste Februar. Glück auf!